In der Klinik am Südringen, die Familienhelfer. In der Notaufnahme wird Dr. Reinhard Schuster gebraucht. Eine 15-Jährige ist vor der Schule zusammengebrochen. Glücklicherweise hat ihre beste Freundin sofort einen Rettungswagen gerufen. Doch bei der Untersuchung wird der Arzt bald stutzig. Ich sehe gerade, sie schwitzen ziemlich stark. Und das starke Schwitzen und dann so die Pubertät, da ist der Kreislauf ja oft labil. Und dieses Zusammenspiel mit dem Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen, da kann es einem schon mal schummrig werden. Also wir geben ihnen auf jeden Fall noch eine Kochsalzlösung als Infusion, dann geht es ihnen bestimmt bald besser. Die junge Patientin kam akut mit dem RTW ins Spital, weil sie Übelkeit und Erbrechen hat und daraufhin zusammengebrochen ist. Im Laufe der Anamnese haben sich aber ganz andere Aspekte ergeben, auf die wir am Anfang überhaupt nicht gekommen sind. Als die Eltern der Gymnasiastin im Krankenhaus eintreffen, nimmt der Fall eine unvorhergesehene Wendung. Denn offenbar hat nicht nur die Tochter mit plötzlicher Übelkeit zu kämpfen. Also wir gehen auch von einem Magen-Darm-Infekt aus, gepaart durch das Schwitzen auch mit einem Flüssigkeitsverlust. Und da ist sie halt ein bisschen schummrig geworden. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Was hat denn Ihre Frau? Ist alles in Ordnung. Sie ist im vierten Monat schwanger. Und das ist die Schwangerschaftsübelkeit. Aber sie sollte dann im Moment ein bisschen sich von ihrer Tochter gern halten, bis wir genau wissen, was es ist. Was ist denn los? Oh, warte, warte. Nina, was ist passiert? Hier, hier. Alles gut? Mir ist irgendwie schlecht. Bei der Mutter sind die Symptome auf die Schwangerschaft zurückzuführen. Unklar ist jedoch, was bei der 15-Jährigen dahinter steckt. Ein Magen-Darm-Virus wäre denkbar. Aber Dr. Schuster ist inzwischen skeptisch. Und nicht nur ihr. Aber das ist doch komisch. Ist doch zu Hause auch immer morgen schlecht. Hast du das gesagt? Letztens in der Schule bist du auch schon im Sportunterricht zusammengebracht. Sei doch einfach leise. Du mischst dich die ganze Zeit ein. Na, es ist ja auch nicht so schlimm. Ich komme hier hin und helfe dir. Und du kackst mich nur an? Ist das dein Ernst? Du redest die ganze Zeit nur Müll. Was ist denn bei euch los? Emily ist die beste Freundin. Ich kenne das nicht von ihr, dass die so reagiert. Die hängen immer zusammen und haben immer Spaß. Das war ganz neu für mich. Also die Werte sind unauffällig. Das weist wirklich auf einen Magen-Darm-Infekt hin. Allerdings, was mich ein bisschen stutzig macht, ist das starke Schwitzen und auch dieses morgendliche Erbrechen. Aufgrund des Schwitzens der jungen Patientin, der inneren Unruhe, der Angespanntheit und auch des Alters, es kann ja auch mal eine Schwangerschaft dahinterstehen, auch in diesem jungen Alter, haben wir schon immer gedacht, dass es vielleicht doch was mit den Hormonen, speziell mit einer Östrogenerhöhung zusammenhängen kann. Besonders auffällig ist zudem, dass sich die Schülerin ihrer Familie gegenüber so abweisend verhält. Der Arzt befürchtet, dass das Mädchen etwas Entscheidendes verheimlicht und schickt die Eltern nach draußen. In der Hoffnung, dass die 15-Jährige unter vier Augen mit ihm spricht. Und Schwangerschaft ist doch möglich. Da brauchen wir ja nicht unbedingt heutzutage einen besten Freund haben. Nein, das ist ja auch nicht so meine Tage, weil das geht gar nicht. Das ist ja erstaunlich. Ja, ja, ist das. Oh, der Östrogenwert, der ist ja wirklich massiv erhöht. Hast du da eine Erklärung dafür? Nicht. Da die junge Patientin immer noch nicht wirklich mit der Sprache herausrückt, bittet Dr. Reinhard Schuster telefonisch eine Gynäkologin um Rat, was hinter dem stark erhöhten Östrogenspiegel stecken könnte. Schnell gibt es einen Anhaltspunkt. Und der ist alarmierend. Ich habe jetzt gerade eine erfahrene Kollegin angerufen, die Gynäkologin ist. Und sie meinte, bei diesem stark erhöhten Östrogenwert, den ihre Tochter hat, spricht es dafür, dass sie das exogen zugeführt hat. Durch Nasenspray, durch eine Tablette, durch ein Pflaster, wie auch immer, hat sie sich Östrogen zugeführt. Also ich muss seit der Schwangerschaft so ein Hormonpräparat nehmen. Und das Rezept war letzte Woche weg. Das war verschwunden bei uns. Und das habe ich mir gestern ausstellen lassen. Das ist so eine gelbe Tablette. Haben Sie diese gelbe Tablette von Ihrer Mutter vielleicht versehentlich genommen? Sie haben nicht meine Tabletten genommen? Sie müsste eigentlich schon bei dieser Höhe eigentlich öfters genommen haben. Wir haben uns immer die Wahrheit gesagt. Hast du es genommen oder nicht? Ich sage, wie benommen die die? Wobei ich denke, wir wissen jetzt hier nicht, was der tiefere Hintergrund ist. Das müsste ja schon, das denke ich, hat sicher irgendwelche tieferen Ursachen, dass jemand so einen Leidensdruck hat, um ein Hormonpräparat einzunehmen. Wir wissen jetzt nicht den tieferen Grund, aber da müssten Sie sich vielleicht Hilfe holen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten heute von einem Familienhelfer oder einem Therapeut. Und der ist dann Sie auch mit ein, Sie, die ganze Familie. Haben Sie dann Kontakt? Das wird uns helfen, weil jetzt der Zeit... Da gebe ich Ihnen mal eine Nummer. Vielleicht steckt dann ein Familienproblem dahinter, ein tieferes. Und deswegen haben wir den Eltern geraten, einen Therapeuten bzw. einen Familienhelfer dazuzunehmen. Fragt sich, warum die 15-Jährige die Hormonpräparate ihrer Mutter heimlich eingenommen hat. Einige Tage später besucht Familientherapeutin Sabine Decker das Mädchen und seine Eltern. Sie hat reichlich Erfahrung mit pubertierenden Jugendlichen und deren Problemen. Janina hört gar nicht mehr zu. Wir machen uns doch Sorgen. Sehen Sie? Das ist typisch. Die kümmert sich um gar nichts mehr. Du sollst jetzt einmal zuhören, bitte. Kümmert euch doch wenigstens um das Baby und nervt nicht die ganze Zeit nur mich. Was für ein Baby? Ich bin im vierten Monat wieder schwanger. Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir freuen uns. Das ist ja schön. Und da freust du dich auch mit? Ja. Auch wenn Jugendliche in der Pubertät sind, heißt das natürlich nicht, dass sie nicht die Liebe und die Aufmerksamkeit ihrer Eltern noch ganz dringend brauchen und dass sie mit Sicherheit Sorge hat, wenn so ein Geschwisterchen sich ankündigt, dass sie dann vielleicht ein bisschen zu kurz kommen könnte. Das war mein erster Verdacht. Mithilfe einer Übung will die Therapeutin herausfinden, wie die Jugendliche wirklich zu ihrem zukünftigen Geschwisterchen steht und ob sie nicht doch eifersüchtig auf das ungeborene Kind ist. Mit Massage kann man so ein Baby super beruhigen und das wird dich dafür lieben. Kannst du dir das vorstellen, dass du sowas auch mitmachst und das vielleicht auch vorher schon lernst oder so? Das wäre doch schön, wenn du dann so eigenständig damit umgehen könntest mit so einem Kind. Ich habe dann diese Aktion mit der Babypuppe mit der Familie durchgeführt, weil ich einfach sehen wollte, wie reagiert Janina bei dem Gedanken, sich in diese Babypflege so ein bisschen mehr einzubringen, auch wenn sie es nicht ganz so gezeigt hat. Aber ich fand, man hat schon gemerkt, dass sie sich eigentlich freut auf das Geschwisterchen. Das konnte eigentlich gar nicht der Grund sein. Und die Mama ist bestimmt froh, wenn sie dann auch mal ein paar ruhige Minuten dadurch hat und ein bisschen entlastet wird, wenn du ihr das Kind mal abnehmen kannst oder so. Könntest du dir das vorstellen? Eigentlich schon. Siehst du, habe ich doch gewusst. Ja, ich freue mich ja eigentlich auch. Ja, auch mit alle Sachen. Hallo, Eppi, hi. Bist du etwa doch schon mal? Du weißt doch ganz genau, dass ich gar nicht schwanger werden kann. Was machst du denn da? Ja, da gab es dann ja zu diesem Ausbruch gegenüber der Freundin und es zeigte sich, oh, das scheint ein Problem zu sein, was Janina auf jeden Fall auch sehr stark belastet. Vielleicht ist es sogar das, was hinter den Problemen steckt. Deshalb möchte Familientherapeutin Sabine Decker zwischen den zerstrittenen Freundinnen vermitteln. Doch erst einmal muss sie herausfinden, was zwischen den Teenagern überhaupt vorgefallen ist. Mithilfe einer speziellen Übung geht sie der Sache auf den Grund. So, was ist es denn, was zwischen euch steht? Ja, Janina kackt mich die ganze Zeit nur an und auf meinen Freund ist sie auch die ganze Zeit eifersüchtig. Auf deinen Freund eifersüchtig? Ja, du hast einfach nie Zeit für mich. Hä, das stimmt doch gar nicht. Wenn ich dich mitnehme, dann bist du immer schlecht gelaunt und machst sie ihn die ganze Zeit blöd an. Ja, weil du die ganze Zeit nur mit ihm zusammen bist und nicht mit mir. Okay, also du bist eifersüchtig. Du bist, sie ist eifersüchtig auf deinen Freund. Sie hat keine Zeit mehr für dich. Okay. Was könnten wir denn jetzt machen? Wie könnte man das Problem lösen? Wer könnte einen Schritt auf den anderen zugehen? Was könnte man anbieten? Ja, Janina könnte mal freundlicher sein. Janina könnte freundlicher zum Freund sein? Ja. Was würdest du dann dir im Gegenzug wünschen, was sie tun sollte? Dass sie mehr Zeit mit mir verbringt, auch mal alleine und nicht immer mit ihm. Gerade in der Pubertät ist es für Jugendliche natürlich ganz wichtig, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen. Gerade Mädchen haben ja meistens in dieser Zeit sehr enge Freundschaften untereinander und erzählen sich alles. Sie leidet darunter, dass Emily einen Freund hat. Und da war mir klar, es ist ganz wichtig, erst mal das zwischen den Mädchen wieder zu bereinigen und dafür zu sorgen, dass die beiden sich wieder vertragen können. Meinst du, das kriegst du hin, dass du ein bisschen weniger eifersüchtig bist und dass du dich auch noch mal mit ihr alleine triffst, ein bisschen Zeit für sie hast, alleine? Ja. Ja? Ich nehme das dann vor. Dann macht mal jeder einen Schritt aufeinander zu. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Und hat dir die Janina auch schon mal einen Freund? Nein. Nein? Alle haben halt einen Freund. Alle? Und du nicht? Nein. Und denkst du, du könntest körperlich vielleicht an deinem Körper was verändern, indem du diese Hormontabletten genommen hast? Ja. Ich bin halt unzufrieden und ich glaube, das liegt halt einfach daran. Oh Janina, das war gar keine gute Idee. Das hast du ja schon gemerkt. Das darfst du niemals tun, niemals ohne mit einem Arzt darüber zu sprechen. In ihrer Unzufriedenheit mit ihrem Körper hat Janina ja dann schließlich diese Dummheit gemacht, Hormontabletten einzuwerfen, was natürlich ganz gefährlich ist und was auf gar keinen Fall den Effekt haben wird, den sich die Jugendlichen davon versprechen, nämlich, dass es die Entwicklung vorantreibt. Das hatte Janina ja gehofft. Aber sowas wird nie funktionieren, sondern ist nur eine Riesenbelastung für den Körper. Die 15-Jährige fühlt sich schlecht, weil all ihre Freundinnen körperlich schon weiterentwickelt sind. Sie selbst wiederum trägt starke, polsterte Push-Ups, damit sie weiblicher aussieht. Um endlich größere Brüste und auch ihre Tage zu bekommen, hat sie die Hormontabletten ihrer Mutter genommen. Wichtig ist nun, das Selbstwertgefühl der Schülerin zu stärken. Und jetzt hätte ich gerne, dass Sie alle drei mal kurz überlegen, wenn Sie sich die Janina so angucken oder vielleicht die echte Janina so angucken, was sind denn die ganz besonders tollen Eigenschaften von ihr, die Sie so ganz besonders gern haben an ihr. Ach, da haben wir doch viel, Schatz. Gerade in der Pubertät ist es für Jugendliche ganz wichtig, Rückhalt zu bekommen von den Menschen, die sie umgeben, vor allen Dingen von den Eltern. Was sind die tollen Eigenschaften, die dich für uns ausmachen und was wir an dir schätzen, damit sie das noch mal innerlich ihr Stärke gibt und sie beruhigt. Sie ist liebevoll, hübsch, sie kann tanzen, sie ist hilfsbereit, lustig, tolle Augen. Du hast Menschen um dich rum, die dich so schätzen und die dich so toll finden. Jetzt nimmst du dieses Plakat und hängst dir das ins Zimmer und wenn du noch mal überlegst, woran das liegen könnte, dass du kein Freund hast, dann guckst du dir das an und denkst, wow, ich habe überhaupt keinen Grund an mir zu zweifeln. Mach das nicht nicht mal klar. Ist das ein gutes Gefühl? Ich hoffe, dass es der Janina jetzt geholfen hat, von den Eltern so viel Positives zu hören. Wenn das nicht reicht und Janina trotzdem mit ihren Selbstzweifeln nicht dauerhaft klarkommt, dann können wir vielleicht weitere Gespräche miteinander haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie jetzt erst mal wieder auf einem guten Weg ist. Der Besuch der Familientherapeutin war für die 15-Jährige ein erster wichtiger Schritt. Inzwischen akzeptiert sie ihren Körper, wie er ist. Auch das Verhältnis zu ihren Eltern und ihrer besten Freundin ist mittlerweile besser denn je. Die Untertitelung des ZDF, 2020